jo leute was geht willkommen zurück zu dark souls 2 weiter geht's in dranglikes schloss habe ich zwei übersprungen oder wie ich bin einfach zu gut für das game ihr müsst mal f5 machen leute ich hatte am anfang des streams internetprobleme ihr müsst mal f5 drücken und dann sollte der delay weg sein lu muss nur noch durch schloss durch da bin ich ja schon fast durch dann durch xxx dann durch xx und dann kommt nur noch das kleine xxx das klingt doch easy da ist so wieder so ein gemein ja irgendwas ist da mach es geht die scheiß wieder los wer bist du denn ist da vorne mehr da waren gespenst in der mauer auf Dark Souls XXX suchen. Jetzt sind wir mal gespannt, wie Bolle was jetzt passiert. Aha! Geil. Den rufen wir mal eben. Mietklinge, kann man immer gut gebrauchen, eine Mietklinge. Keiterglocke. Hammer des alten Ritters. Oh, das will ich mal sehen. Ist das wirklich ein Hammer? Hammer des alten Ritters tatsächlich. Ein Pferdchen! Hallöchen! Alter, dafür leben. Hallo Mietklinge, mach mal was. Wofür bezahle ich dich? Hallo Mietklinge! Gowas Schutzring. Oh. Verringert von hinten. Da eine Katze! Das war eher ein Pferd, aber ja. Wo sind wir jetzt hier? Es ist auch echt verwirrend. Hier gehe ich jetzt nicht rein. Aha! Unsere Freundinnen sind wieder da. Hallöchen! Guck mal. Guck mal, da hinten ist wieder so ein Typ in der Wand. da ist das Flakonscherbe. Ups! Pfeil im Kopf. Heldenringring. Was geht beim Beste? Zieh den mal an. Alleine, weil er so witzig ist. Sollten wir ihn anhalten, ne? Hast du recht. Komm, den lassen wir. Das sieht witzig aus. Aber kann es sein, dass ich jetzt irgendwie schwerer bin? Mit dem. Ja, ne? Ich bin schwerer, oder? Kann es sein, dass der mich übel schwer macht? Ja, der macht mich übel schwer! Da hängt einfach ein Typ an mir dran. Ne, das machen wir nicht. Sag mal, war ich hier nicht eben? Ja, ja, hier war ich eben. Okay. Geht's hier zu Vendrick? Der Ringweg 10 war sowas echt. Ey! Frechdachs. Also, ich als Souls Gamer würde ich sagen, das Ding da erweckt sich zum Leben. Das war ich doch. Das war ich doch. Oh mein Understand! Uhhh! goddown over diese Jahresidee! Ich... Alter Souls Games! Ich, Alter, Saul. Oh, guck mal. Was hat mir das überhaupt gebracht, hier hinzugehen? Gar nichts, ne? Gibt es hier überhaupt irgendwas? Ah, da ist noch ein Gegner. Das sieht doch aus wie Vendrik. Wenn ich Vendrik sehe, weiß ich es doch. Wenn das nicht Vendrik ist. Mit seiner Riesenkeule. Danke für den Lurk, Nebi. Ey, was ist das? Das muss mir mal ein Experte erklären, was das immer ist. Da gab es einen Gegner. Nun ist es 14.39. Verstehe nicht. Also du bist doch hier der Vendrik, oder? Ah, vielleicht auch nicht. Vendrik wird bestimmt quatschen. Ah, den Gegner kenne ich, glaube ich. Na klar. Dreh dich um. Oha. Das war nicht Vendrik. Würde ich behaupten. Aha. Ah, den kennen wir doch auch. Na klar. Da kommt noch einer. Wenn hier schon so viel Rot ist, bist du böse, ne? Okay. Nicht böse. Die Kiste. Was ist mit der Kiste? Doch nicht. Oh. Das ist bestimmt die böse Kiste. Das sehe ich doch schon. Danke, Ralf. Das sehe ich schon. Das ist die böse Kiste. Ich sehe das doch. Da, ich kann die Klauen schon sehen. Ja, 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 ja. Nachahmung, ja. Schön mit dir. Mich verarscht und nicht nochmal. Was, 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 was? Heil mich schneller, du scheiß Stein. Fossiler Drachenknochen. Brauche ich nur noch drei. Und noch Dachi. Oh. Hatte ich sogar schon. Ups. Okay. Wollen wir mal rum schon sehen. Ja. Das ist dem zu einfach. Ach komm, Robo. Ja gut, wo geht es denn jetzt weiter? Andere Seite. Nee. Ah ja, hier ist der Aufzug jetzt offen, ne? Oder? Wie komme ich jetzt zu diesem Aufzug? Ab zum Aufzug. Ich glaube, ich muss zum Aufzug. Na, soll ich mich einmal dran setzen? Ja, hier ist ja direkt der Aufzug. Ich setze mich einmal dran. So, jetzt geht's ab zu Ventric. Oh, oh. Nee, da will ich nicht hin. Bestimmt kann man irgendwo abspringen gleich. Mal, da war ich. Weil das geht aber hoch. Ja, ein bisschen Höhenangst, muss ich sagen. Da hinter ist Ventric. Und da ist geht's. Ach, guck mal, da ist eine. Die retten wir doch. König, Korridorschlüssel. Hier, mach auf. Wer ist denn das? Die wollen wir retten. Die müssen wir retten. Starker Zauberschild. Interessant. Warum hast du davor Angst? Da hängt ein Typ dran. Seelengefäß, Feuersam. Ey, mach auf hier. Ich will hier zur... Mach auf, du Spacken. Versuch Zunge. Zeig dies einer bestimmten Person. Hier, willst du hier die Zunge haben? Versucht angreifen. Soll ich angreifen? Du kennst mich doch jetzt mittlerweile, Nobu. Aber wieso habe ich das nicht? Woanders geht es nicht hin? Hier ist nicht mehr. Wieso habe ich das nicht? Soll ich die töten? Aber ich würde gerne mit ihr reden, wer das ist. Also das erste Mal NPC, wo ich wissen will, wieso wird die hier gefangen, die Arme? Und wieso hängt hier ein Typ an der Wand? Äh, an der Tür. Such Zunge heißt, dass du was auf deiner Kopfhöhle lecken sollst. Siehst du, Ralf, wie hilfreich die sind? Die wissen ganz genau, was man hier machen muss. Das darfst du halt nicht vergessen, ne? Nicht nur, dass sie es mir nicht sagen. Sie sagen mir auch noch was Falsches. Du brauchst einen Schlüssel, den ich hast. Aber wieso habe ich den nicht? Ja, muss ich wieder zurück, oder was? Was ist das denn für ein Scheiß? Ich muss den Schlüssel suchen. Ja, toll. Ja, toll. Warum habe ich den Kack-Schlüssel nicht? Aha! Hier komme ich jetzt lang. Da ist doch Vendrik. Das ist Vendrik. Ich sage das doch die ganze Zeit. Ich sage es die ganze Zeit. Ah, das sieht doch schon hier schon episch aus. Wenn das nicht Vendrik ist, dann weiß ich auch nicht. Ah! Ich habe es mir fast gedacht, dass hier nochmal Gegner kommen. Oh Gott, auch noch mehrere. Jetzt kann ich auch nicht auf die Bock haben. Die sind auch noch so schnell. Mal. Ach. Also, ich sage es dir so, dass ich mich überraschend ziehe. Okay. Soll ich jetzt noch was für ein Mal. Okay. Soll ich mich überraschend? Ich sage es mir gerade um, wenn ich gerade noch nicht verraschend kriege. Und ich sage das Beispiel auch noch nicht so, wenn ich verraschend bin. Und ich weiß mich überraschend bin und ich mich überraschend bin. Und ich kann mich überraschend bin. Ich weiß nicht sicherlich. Ich bin ja, weil es mir irgendwie gibt. Ich habe mal ja hier. Ich weiße mich überraschend. Und ich weiß mich überraschend bin ich nicht mehr. Ich sehe dich. das gibt es nicht jetzt bleib doch mal stehen schieß mal den auf ach ich kotze ja Norm versteinert es etwas Ey wir müssen den Gamble auf jeden Fall nochmal machen Asche Ritter Lloyd Geil Das Schicksal eines Streamers Liebe Schlossbewohner Ein geistig verwirrter Mann irrt durch die Korridore Und fragt jeden ob er vendrig ist Bitte schließen Sie sich ein Der Gesuchte wird als unberechenbar qualifiziert Geil Spiegelritter ist immer noch nicht vendrig Wieso bist du nicht vendrig Sind sie vendrig Ich will sein Schild haben Das sieht cool aus Oha Ich will irgendwie sein Schild haben Das erinnert mich so an Zelda Kann er mal auf den anderen gehen Oder Ist er verliebt in mich Verstehe nicht wieso er nicht auf den Beut geht Woher hat er die Turmspitze War das denn Turmspitze Was macht er jetzt Was Okay ich muss ihn schnell killen Verstehe Helps kann ich mich angreifen Sein scheiß Schild Was macht er denn Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mehr Schaden! Kill ihn! Spiegelritter! Ich hätte gern sein Schild! Das war ganz schön krass! Ja, das war wieder nicht Vendrik! Vendrik versteckt sich! Die Turmspitze ist in meiner rechten Hand Santhias Speer, okay Mit etwas Glück beschwert der PvP-Spieler Hat er ja gemacht, ja Und dann Heilwunder angewandt? Nobu ist so... Also Nobu, gegen den willst du auch niemals PvP-Spielen Gibt ihm nie wieder Waffentipps Haben wir jetzt Vendrik nicht gefunden? Ey, ey, ey! Was ist mit der einen Frau da? Wir müssen die Frau noch retten Wir müssen auch die Frau noch retten Aber ich habe gar nichts jetzt bekommen Moin Leo Schrein von Amarna Chilli aus dem Maul Ja, alles gut Leo bei dir Stell dir vor Ich würde eine Folge hochladen Die genau so heißt Und ich mache 60 Minuten nichts Als auf diesem Gewicht zu rennen Und zu versuchen, den aufzubekommen Das würde ich aber auch anders fühlen Ich sage es ehrlich Kannst du ein paar Mal den Käfig fragen Aber wenn Drik es ist, fühle ich auch Was ist das hier alles? Hä? Hä? Ich bin verwirrt Zwei Arbeiten? Welche Fächer? Du hast nicht mal jetzt alles erkundet Ja, ich bin halt nur kreischend durchgelaufen Das habe ich so von Nobu gelernt Einfach kreischend rennen Ich bin auch eine Passage Einfach komplett durchgerannt Also, dass hier schon wieder So ein Stein rumliegt Das macht mich schon direkt wieder Nervös Wer bist du? Bist du ein Netter? Nein, du bist ein Böser Das will ich Gib mir das Erztraken Streitkolben Aha Ich sehe deine dummen Augen Kann ich schon sehen Oh Gott Bitte sei echt Das ist ein Böser 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 Manchmal bei diesen PvP-Dingern frage ich mich, ob ich es einfach besser wäre, die zu backstammen. Das ist vielleicht einfacher, denn einfach zu backstammen. Na klar. Die geben auch immer so wenig. Das wird total enttäuschend. Was war das denn? WP und Mathe, oh Gott. Das sehe ich illegal, zwei Arbeiten an einem Tag. Bei uns haben die immer das so gemacht, dass nicht zwei Arbeiten an einem Tag sind. Wo ist Skopple eigentlich? Skopple, wo bist du? Ah, voll im Kopf. Willkommen zurück, Tatja. Das hat aber lange dauert mit dem Kaffee, hast du ihn selber aufgesetzt? Und wo ist eigentlich, ach du Scheiße, da sind ganz viele. Ja, mach nichts, ich habe genug Pfeile. Und dich besiege ich so. Haha. Und ich auch. Oder auch nicht. Für ein fucking Menschenbild. Ich will keine Bilder von irgendwelchen Menschen, die ich nicht kenne. Wer singt hier eigentlich so? Von Christkorn guckt er noch nicht. Können wir gleich zusammen machen. Ist der Trailer neu oder ist der alt? In dem Haus vielleicht? In dem Haus vielleicht? Erztragenstreit. Krölben. Oh, ihr seid echt eklig. Nee, nee, nee. Geh weg. Wer lacht hier schon wieder? Ey, wo ist der Gesang hin? Erstmal reingucken, was da drin ist, ne? Ich platze ja nicht einfach so bei jemandem rein, zu Hause. Hm. Du bist so gerade wendrig. Ich habe es aufgegeben, ja. Ach, Geschenk einpacken. Was war das mit dem Kaffee? Geht 10 Minuten, dann gucken wir uns das gleiche nach der Folge zusammen an. Guck mal, wer da ist. Man spricht vom Teufel, dann kommt er. Siri, da! Ah! Bitte sei eine nette. Wir wussten, dass du kommst. Und stopp singen. Hä? Boah, das tut doch ewig nach kurzer Zeit schon weh, oder? So lang zu singen. So lang zu singen. Und warum sollten wir? For we will never leave. Do you seek King Vendrik? Ja! Ich suche König Vendrik. But what is a king after all? We know nothing of the world outside. For we will never leave here. Bist du Vendrik? When you sing, the little ones dance. The little ones grant comfort to those who bear death and dark. This is what we were taught. Is there anything wrong? Ja, sag mal wo Vendrik ist. Krieg jetzt irgendwie eine Karte. This is all that we can do. When we sing, the little, the little one... Man, die war total unhilfreich. Wo ich eine Lied wünschen kann, könnt ihr bitte leider singen. Ja, geh ich, also geh ich hier weiter. Der wird sich wahrscheinlich irgendwo verkrochen haben, der alte König. Der nichts nutzt. Der wird sich irgendwo verstecken, weil er Angst vor mir hat. So wird ein Ding draus. Wieso glitzern die eigentlich so? Das ist nicht voll auffällig, wenn die so glitzern. Die tarnen sich ja gar nicht. Alter, wieso können die in dem Wasser so schnell laufen? Hm? Die sind gefährlicher als aussehen. Die Geishnos. Die Geishnos. Ähm. Ich brauch mehr Ballons. Ach, wer lacht denn hier schon wieder so? Ach, Liegestütze. Stimmt. Muss ich gleich machen. Liegestütze muss ich gleich machen. Erinnere mich bitte gleich dran. Guck mal her. Wieso ist der so schnell? Wieso ist der so schnell? Nee. Ein Kopf. Was ist das? 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 Der Typ hat ganz schön viel Leben. Aber er ist auch dumm, weil im Wasser ist scheiße. Outplayed! Outplayed! ich kann mich nicht bewegen das macht natürlich sehr viel Spaß ich kann mich nicht bewegen 3.000 gibt er also manchmal frage ich mich wofür ich mich hier den Arsch abschufte hier ist halt einfach gar nichts das war so klar das war der Typ den ich nicht gesagt habe und wie komme ich da rein da liegt ein Item da ist gar nichts da ist aber viel nichts eine halbe Stunde ist aber schon fast zwei Stunden an ja der Wot ist dumm aber es ist ja verschlossen ah anklopfen wieder geht nicht oooohh oooohh Ralf dank für 100 Bits da können wir mal endlich wieder den Spendenstand anpassen 44 ist nämlich der Monat ist bald vorbei ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht muss ich sagen wir hatten schon nach drei Tagen oder so 30 Euro zusammen für einen guten Zweck oder über 30 und dann kam irgendwie nix mehr gehe ich mich erst mal heilen ja ich gehe mich erst mal heilen egal ich werde das ganze nochmal verdoppeln und dann wird auch gespendet am 1. August Danke dir Ralf nochmal 100 45 also egal wie viel zusammenkommt ich werde dann auf Runde 100 machen vielleicht gibt meine Freundin auch noch was dazu und dann geht die Spende raus jetzt muss ich den Schanzen kann ich nicht auch in den Dingern vorbei rennen komm wir machen einmal kreischen vorbei rennen bevor die Folge vorbei ist Aua mit der Magie scheiße ist schwierig mit dem Rennen die verfolgen mich ah toll da komme ich nicht vorbei du kannst sterben Aua 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 Oben bei Vendrik in dem Verlies war da bestimmt auch so eine Sängerin würde ich wetten aber Oh Gott Oh Nebel Bist du den ganzen Weg hinterher gekommen? Ne oder? Okay. Ey. Nobu, danke dir. Ich pass gleich an. Jetzt will er doch nicht mehr. Ne, jetzt hat er doch keinen Bock mehr. Okay, dann hat er keinen Bock mehr. Die sind eh fies genug. Aha, ich habe einen Weg gefunden. 46. Ich muss schon kreischen. Ah, sorry. Ich habe nicht gekreischt. Oh! Jetzt mit Abos, Geschenken oder Chills einen Halb-Chain starten. Ich hatte literally noch nie einen Halb-Chain. Aber da vorne ist doch bestimmt Vendrik hinter dem Nebel. Hinter dem Nebel ist doch Save Vendrik. Das sehe ich doch. Ich habe einen Weg gemacht. Ich werde auf den Weg machen. Auf, den Weg machen. Ich würde mich übernehmen. Der Weg machen. Nein, nein. Vielen Dank.